Leute, in dem heutigen Video bin ich wieder mal als SEK-Polizist in Notruf Hamburg unterwegs, Freunde. Es wird spannend, ob ich mich diesmal wieder bestechen lasse. Wir werden sehen, Freunde. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß. Vergesst nicht noch zu abonnieren, zu liken, die Starts an der Nase und jetzt geht's los. So, Freunde, da sind wir jetzt auch schon auf einem öffentlichen Server hier unterwegs. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5 Crimes gerade. Ich bin schwer bewaffnet und höre die ganze Zeit schüssig. Ich guck mal nach, was da eigentlich... Boah, was geht hier denn ab? Alter, aber hier ist schon ganz viel Polizei, deswegen, ich glaube, hier ist nicht mehr viel los, oder? Hm, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, Freunde. Ui! Ne, ist auch ein Polizist. Okay, alles gut, Freunde. Dann können wir direkt weiterfahren hier. So, Leute, einmal die Farbe vom Auto noch gewechselt, das Auto wieder heile gemacht und... Jetzt muss hier aber langsam endlich mal was abgehen, Leute. 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5 Crimes immer noch, okay. Aber ich sehe von denen keine irgendwie, die machen gar nichts. Ich frage mich immer, was die dann... Was machen die Crimes, wenn die nichts machen? Das ist ja echt komisch. Ich fahre jetzt einfach nochmal da hinten kurz vorbei. Oh, ganz knappe Geschichte hier. Oh, der Polizist ist am Boden, alles klar, los geht's! Na, also, endlich ist hier mal was los! Jetzt aber ab, die Post. Ui, 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 ui. Um so eine Uhrzeit spielen irgendwie so viele Polizisten, das ist nicht zu fassen. So, langsam, ich könnte auch mal wieder tanken, ja. Aber, ist mal unterwegs denn jetzt? Okay. Mal ein bisschen schnellere Anfahrt hier. Ups, was ist hier los? Ich hab schon Schüsse gehört. War das hier vielleicht beim... Bei der Bank? Ah, hier unten, okay. Beim Dealer wahrscheinlich. Ja, dann ist der Typ wahrscheinlich schon weg. Oh, ja, sehr wahrscheinlich. Lol, der liegt einfach auf dem Boden. Okay, dann... Holgerich mal den Schüssen da hinten. Da sind die doch bestimmt. So, und ab dafür. Ist das in der Bank? Ich weiß grad nicht. Yo! Hoppla. Nee, du bist ein Polizist. Hä, wo ist der? Wo ist der? Verwirrend, Leute. Vier Crimes gibt's jetzt nur noch. Mann, 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 Mann. Das darf doch nicht wahr sein. Ich will jetzt eigentlich nicht haben. Äh, Leute. Da wird gerade ein Auto verfolgt. Ich hab dem schon die Reifen kaputt gemacht. Aber jetzt... Äh, äh, äh. Äh, und zack. Komm, jetzt schnapp ich mir nicht. Einmal hier schon die Stopsticks. Ja, und jetzt läufst du da drüber. Und ich hab dich schon festgenommen, Kollege. Ey. Na, also. Na, also. Tut mir leid, Kollege. Ich hab ihn zuerst bekommen. Aber dankeschön. Danke für die Hilfe. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Warte mal, da kann ich auch direkt aber meine Stopsticks wieder einsammeln. Und ich muss auch noch tanken. Deswegen, Kollege, du musst dich einmal kurz geduldigen, bitte. So. Schnell mal hier das Auto wieder voll machen, bevor ich gleich irgendwo auf der Strecke wieder stehen bleibe. Perfekt. Und dann geht jetzt wieder ab die Post zum Gefängnis. Und wir nehmen endlich unseren ersten Gefangenen fest hier. Na, also. Ui. Hat aber auch gedauert jetzt. Ich bin noch zwischen zwei, drei Servern irgendwie die ganze Zeit gewechselt, bis ich mal einen gefunden habe, wo ein bisschen was abgeht. So. Ja, also. Ui, ui, ui. Ne, ich flieg unseren erst mal weg hier. Ja, wobei, soll ich den mal vielleicht anbieten? Ach, hey. Ja, ne, wobei, hier ist der Polizist. Der hat mich irgendwie im Auge, glaube ich. Ja, ja. Alles klar. So, Kollege. Und. Ey. Was soll das denn? Die schlägt mich einfach. Lol. Einmal jetzt ganz schnell. Hier. Äh, äh. Ja, perfekt, perfekt. Ui. Lol, was ist da denn los? Ey, Alter. Aua, das tut weh. Ey. Boah, wo ist der denn? Das ist schon wieder so ein unsichtbarer Skin-Typ. Das ist ja super strange. Oh. Da, warte. Ui. Lol. Genau, einfach mal angreifen hier. Das darf doch nicht wahr sein. Er hat ihn schon, er hat ihn schon. Lol. Was ein komischer. Einfach unsichtbar. Der hat mich fast Knockout gehauen. Alter. Okay. Oh, Jubiläum wird ausgenommen. Let's go. Äh. Sehr gut. Und. Aber wir sind ja fast schon da. Das trifft sich gut, Alter. Yo. Ey. So. Kurz davor jetzt. Geht da überhaupt noch was hier? Ah, ne. Doch nicht. Lol. Ne, gar nichts geht hier noch. Boah. Die sind alle schon weg. Schade. So. Ey. So, warum wir mal wieder abhauen. Gucken wir mal, wie viele. Vier. Es gibt immer noch vier Crimes hier auf dem Server. Ich höre schon wieder Schüsse auch da vorne irgendwo. Ja, doch. Ja, aber im Gefängnis schon wieder. Warte mal. Das wollen wir uns doch mal genauer wieder angucken jetzt hier. Ey. 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 Der Typ ist ja schon wieder frei. Was ist denn mit dem los? Verhafte den doch endlich jetzt. Lol. Teamer. 8K sagt der. Von wem will er denn 8K jetzt? Das verstehe ich nicht, Leute. Die sind irgendwie ganz komisch hier auf dem Server. Hmm. Warte mal. Wie viele Crimes gibt es denn? Vier Stück. Okay, Leute. Ich glaube, wir wechseln einfach mal wieder den Server hier auf. Ganz easy. Yo. Direkt hier vor dem Polizeirevier. Wurde jemand Knockout gehauen. Ey. Na, warte. Pass auf. Du kommst mir nicht hier weg. Lol. Nein. Mann, ey. Oh, ey. Einfach dreimal dieselben Stopsticks an dieselben Stelle geballert. So. Schnell hinterher. Das ist kein schnelles Auto. Todes können wir eigentlich easy, easy einholen jetzt, wenn die uns nicht schon abgezogen hat. Hier. Und. Da hinten gerade aus links. Das habe ich gesehen. Deswegen. Attacke. Hinterher da. Die kriege ich. Die kriege ich. Da vorne ist die. Da vorne ist die. Ich habe die voll im Auge. Voll im Blick. So. Ja, denkst du. Du kannst mich hier veralbern oder was? Warte mal. Ist das überhaupt ein Crime? Ey. Wow. Jetzt sogar eine Waffe. Lol. Verstehe nicht, warum du nicht geschossen hast. Zack. Okay. Ups. So. Das ist ja. Komisch. Die hat gar nicht geschossen irgendwie. Ganz, ganz komisch irgendwie. Aber egal. Haben wir einfach mal. Ich gucke mal nebenbei, wie viele Polizisten es hier gibt. Acht Polizisten. Okay. Das hält sich auch noch im Rahmen. Ich frage jetzt einfach mal. Ach. K. Nein, 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 nein. Schreibt sie. Meint ihr damit? Meint ihr nein, 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 nein? So. Also du kannst dich freikaufen, wenn du willst. Du wirst nicht. Aber wenn du jetzt nicht antwortest, dann nehme ich das als Nein. Oder kommst du in den Knast. 99k. 8k ist enough. Enough. 8k ist genug. Deal or no deal? Hm. Sieht mir irgendwie nicht so aus. Als hätten wir ein Deal. Oder? 8k. Ja, okay. Deal. Noch ein letztes Mal hier fragen. Oh Leute, das ist auch eine gute Pose hier. Schön fürs Thumbnail. Tschüss. Tada. Tada. So, okay. Na gut, na gut, na gut. Ich mache auch extra ganz weit hier vorne. Ui. Okay. Doch, passiert nichts. Ich glaube, die veralbert mich. Oder? So, ich warte noch. 5. 4. 4. 3. Nee, 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 nee. Nicht so mit mir. Nicht so mit mir. Dann halt nicht. Okay. Dann halt nicht. Wollte ich mich einfach veralbern. Ich habe das Handy einfach wieder runtergepackt. So. Ups, Alter. So. Ich mache noch ein Traum. Ich habe mich gefreut. Jetzt über die 8k. Hey. Das wird nice gewesen. Aber okay. Dann nicht. Abgegeben. Und, oh, 50 XP sogar. Hä? Die hat sich easy freikaufen können eigentlich. Hm. Na gut. Egal. Was soll's, Leute. So. Läuft doch immer langsam schon. Ey. Der Jubel hier wurde gerade ausgeraumt. Ah. Die sind aber bestimmt auch schon wieder weg, oder? Hä? Vielleicht auch nicht. Warte mal. Lol. Lol. Ey. Oh, der hat schon kaputt getroffen. Okay. Weg da. Weg da. Weg da. Komm los hierher. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt aber sofort hinterher. Ey. Hä? Mein Auto hängt fest. Was ist das denn jetzt? Na los. Bitte, 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 bitte. So. Ey. Da hinten ist der. Ey. Ist der jetzt offline gegangen? Kann das sein? Ich glaube, der ist offline gegangen. Oh. Gibt aber ganz viele Crimes noch. Okay. Hofladen wird ausgeraumt. Ja. Sonst fahren wir einfach zum Hofladen jetzt. Egal. Leute. Ah. Ne. Da hinten ist er. Ne. Doch nicht. Doch nicht. Doch nicht. Ui. Na gut, Leute. Dann fahren wir halt zum Hofladen. Gucken wir mal, was da abgeht. So und so. Ey. Oh, doch. Das ist er. Lol. Das ist er wirklich. Lol. Ey. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Ich krieg nicht. Ich krieg nicht. Ey. Ey. Bleib stehen hier. Mann. Läu. Versuchte Festnahme bekommen. Ey. Ey. Na warte. Ey. Was soll das denn jetzt? Sind wir schon wieder? Oh. 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 Ich muss nachladen. Nachladen. Dex. Ich seh dich nicht. Oder was da? Komm mal drüber. Ich mach dich fertig. Denkst du. Oder was? Der glaubt echt. Der kann mich hier weghauen. Leute. Nur weil der ein bisschen unsichtbar ist. Warte mal. Boah. Jetzt würde ich den richtig tranken. So, Leute. Ups. Nein. Ich hab kein Energy. Nein. Das ist nicht gut, Leute. Aber egal. Hier oben brauch ich kein Energy. Na. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Bist du? Wo bist du? Ich seh den nicht mehr. Lol. Der ist verschwunden. Das Auto ist auch schon kaputt. Komplett demoliert. Das ist ein Polizeiauto, glaube ich. Hä? Oder? Ja. Allem Anschein nach schon. Du bist kein Crime. Ne. Ey. Was soll das denn? Ich frag mich, wo der Unsichtbare jetzt hin ist. Lol. Wen haben wir denn da? Ey. Das ist meiner. Ey, no. Wo ist der? Von wo? Ich verstehe das nicht. Ach, da. Leute, Leute, Leute. Egal. Ich hab Kekse. Jetzt stecke ich mir halt schnell ganz viele Kekse rein, Leute. Der will mich downsehen, glaube ich. Na, warte. Ich schnapp ich mir. Na, komm schon raus hier. Wo ist der hin? Ne, das ist der nicht. Lol. Was? Ich konnte ihn einfach aus dem Auto... Achso, weil er da nur saß. Oha, Leute. Oh nein, der will die befreien. Lol. Geh mal weg. Lol. Das waren Teamer, Leute. Lol. Das waren einfach Teamer. Der Unsichtbare gehört bestimmt auch dazu. Guck mal, wie sauer die alle sind. Oha, ein Verhobst genommen. Alter. Junge. Ey. Die springe ich auf jeden Fall... Die lasse ich dich nicht freikaufen. Ich bringe jetzt sowas von in den Knast. Lol. Freunde, bevor ich den jetzt im Knast abliefer... Ui, Alter. Bevor ich den jetzt im Knast abliefer, werde ich auf jeden Fall mal nachgucken, ob der nicht vielleicht noch irgendwen im Auto hat. Lol. Alter Schwede. So, Leute. Gucken wir uns das direkt mal an hier. So, ist hier noch einer? Ey. Ey. Ui, der geht auf mich los schon wieder. Na, warte. Nein. Och Mann, der hat schon wieder Baseball-Schläger. Alter. Ey. Lass mich in Ruhe. Nein. Nein. Der soll mich bloß in Ruhe lassen jetzt. Ey. Och nö. Ärgerlich. Ärgerlich. Ich kann dich da nicht treffen, oder was? So. Na, steigst du jetzt aus? Steigst du jetzt aus? Nein. Oh Mann, ey. Lol, der hat mich fast down. Das merkt mir jetzt erstmal ganz schnell hier nebenbei. Was will der denn von mir? Ich bin doch SEK, das sieht man doch. Ah, nein. Lol. Ja, warte. Nein, lol. Jetzt bin ich down. Teamer. Okay, Leute. Ich bin jetzt echt down gewesen in der letzten Sekunde noch. Gerade kam ein Notarzt, aber der hat es nicht geschafft. Der hat sich noch viel zu viel Zeit gelassen. Och Mann. Doof gelaufen, Leute. Aber ich vergesse nicht noch zu liken, abonnieren. Dies ist das. Dann hat das. Viel Spaß beim nächsten. Bla, 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 bla. Bis dann.